Asiel. Asiel ist einer der vielen Engelswesen. Asiel bedeutet wörtlich geschaffen von Gott. Asiel soll heißen, alles was auf dieser Welt ist, ist geschaffen von Gott. Man kann zwar vieles naturwissenschaftlich erklären, man kann die Evolutionsbiologie bemühen, aber das Geheimnis der Schöpfung bleibt und dieses Geheimnis der Schöpfung wird ausgedrückt in Asiel.